ihr fragt euch wieso ich hier einfach so in der polizei uniform stehe das kann ich euch ganz leicht erklären wir spielen heute wieder prizle lie wie der roman das immer sagt bei robbie ja wir spielen wieder mal in ein nicht prüzen live auch nicht prüzen live lol sondern auch prüzen also drei und ja heute sind wir wie immer ganz einfacher ja alter wie klein der passt durch das glas laba laba okay falls es einigen in den ohren weh getan hat und so sorry ja warum hat er so wenig leben was was guckst du so hat er noch nie einen mit dauerschuss gesehen so klos okay sorry weil ich so rum gespielen habe so klos ich habe was gesagt was denn ja sorry falls ich nicht geredet habe und was ist mit dem los jammy keine ahnung egal manche wer hört ihr das ja ich muss das nachgucken sonst unterbricht das video und das passiert schon mal abonnieren damit ihr keine weiteren coolen videos mehr verpasst und gleichfalls euch das video gefällt ja das wollte ich gesagt haben weil ich hasse das wenn die kamera einfach so aus geht wegen meinem speicher ja ich muss ab und zu mal nachgucken ja hallo hallo so close ähm ja shield equipment äh und verwandeln ist im gefängnis verboten stehen geblieben verbrechen lohnt sich nicht wie paluden immer sagt verbrechen lohnt sich nicht greif eigentlich immer beim thesen the brawis die kript keine waffen jo 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 das ist auch ein hecker er hat glaube ich äh in the way oder sowas geschrieben keine ahnung ja jetzt hat er es oh es leckt auch ein bisschen wenn man äh schießt auf der xbox oder hier ähm mit der waffe schießt leckt es auch so sehr der hätte eigentlich keine chance die kärme ist an die kärme ist an Oh, das ist ein Polizist. Was passiert hier? Diese Häuser, die sind komisch. Die müssen irgendwie für ein Secret oder so da sein. Oder für mehr Beleuchtung oder Schönheit. Was auch immer. Das hat uns nicht zu interessieren hier im Knast. Wieso tanzt der Typ die ganze Zeit? Während wir nachladen, können wir komischerweise auch ziehen. Ähm, ja, Cam läuft. Oh! Das ist nicht der Lärm. Ja, ich kann natürlich auch nicht der Beste sein. Ähm, wenn ich auch hier, äh, so Dauerschuss schießen kann. Jeder war mein Verlierer. Jeder hat einmal mal verloren im Leben. Außer man ist jetzt so richtig jung. So wie ein Kleinkind. So Baby kann man ja auch Kleinkind sagen. Der Cam läuft. Naja. Solange ich, ähm, erstmal angeguckt habe, wie es dort unten in der Nuke-Lounging läuft. Also, solange ich gucke mal, was da unten vor sich geht. Äh, da unten im Nuke-Keller. Da werden Nukes gezündet. Naja, ich gucke jetzt erstmal nach. Ja, Leute, äh, wie soll ich das erklären? In dem Nuke-Keller, äh, ging tatsächlich luftlos. Ähm, es hat, ähm, ein paar Minuten gedauert, dass ich die, äh, zwei, äh, richtig guten Pros besiegt habe. Hat sehr lange gedauert. Und, äh, wegen dem Wettessen, das, das tut mir leid. Es kommt vielleicht sogar in Minecraft heute. Minecraft-Video noch online. Aber jetzt machen wir erstmal Roblox. Die Nuke wird gelauncht. Also gestartet. Ich hoffe, dass seid ihr dabei, äh, wenn die Nuke gelauncht wird. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn nicht, dann werde ich nochmal ein extra Video dafür machen. You're chillt, Uni-Krippen. Läuft's noch? Yeah! Wir können so lange nicht mehr warten. Ähm, wir, ich zeige euch, sobald die Nuke gelauncht ist. Und, ähm, ja, wir haben nur noch so lange. Also sehen wir uns gleich wieder. Leute, die Nuke in 3, 2, 1. Erläuft, ja. Jetzt! Jetzt!